Ja, Freunde, was geht? Ich will jetzt mal wieder pärieren und meine Haare mal richten. So, Haare. So, jetzt Haare richten. Ich hole das kurz. Im Moment. Bis gleich. So, jetzt haben wir das. Wir machen uns das hier auf die Hand. Ein bisschen. Fühlt sich immer wahren, als wäre da richtig viel dünner. Hier. So, jetzt noch mal. So. Ich mache mir gerne so ein Iroh. So. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt noch mal Hände waschen. So ein Tuch hier. Also, lass mal das mal an mir gehen. Meine Schwester war gerade hier. Die wollte davon nicht rausgehen. Wie nerv ich dass dann fassen kann. Okay jetzt gehe ich nochmal kurz auf den Klo und dann sehen wir ihm draußen. P convinat sie wieder draußen. Wie so. Wie jetzt im Trampolin zeige ich euch ein paar Tricks. Bis gleich. So, hier ist jetzt viel Wasser und das Spinne hat sich einfach angebaut. Kein Bock mehr. Müssen wir wieder gehen, oder? Wir schaukeln. Aus? Nein. Okay, das ist nicht... Manche glauben jetzt so, ähm, so ein kurzer Junge und der schaukelt. Naja, so ein Riesenschaukeln, aber immer noch kurz. Für jeden ist eigentlich auch kein Kugel. Ja. Bis gleich. Jetzt gehen wir hier noch eine Runde. Und ab. Dann sehen wir uns dran. Hier sind wir jetzt, ne? Jo. Guck mal. Hierzu. Gehts da rein. Sink in dem Zimmer. Bis gleich. Ich bin schon noch aufschließen. Und bis gleich. Bis gleich. Wie gesagt. Ich stand gerade. So. Unten. Warum. Dieses Zimmer. Ein. Ja. Wollte sagen. So. Jetzt gehen wir. Ich war noch schon mal drauf, wenn jeder runtergeklettert. Aber. War nicht mal. Die beste Idee. Hallo. Und. Ich wünsche euch allen. Schöne Ferien. Bis zum nächsten Mal. Das ist auf jeden Fall dann nach oben da. Und abonniert meinen Kanal. Tschüss. Start letztes Mal. Unten....